Ja, ich bin euch ja noch ein Video schuldig, ich habe im Livestream mal unbedarft rumgezeigt, dass ich immer noch die Sony Link Buds nutze, da diese lustigen Kopfhörer mit dem Loch drin und dass ich ein großer Fan davon bin und habe dann auch versprochen, dass ich mal noch ein Video dazu mache, weil es inzwischen schon, ich glaube etwa zwei Jahre her, seit ich die Dinger habe und ich nutze sie immer noch und ich bin ein riesen Fan davon. Und die Leute haben dann gefragt, aber was findest du an denen so toll? Die Reviews davon sind die meisten schlecht, die Leute haben die zurückgegeben, man kriegt sie spottbillig und sie sind komisch und ich hatte die mal und sie sind unbequem. Ja, ganz, ganz viel davon stimmt. Wenn man großes Glück hat und alles wunderbar funktioniert so bei mir, dann sind sie einfach genial. Es sind meine allerliebsten Podcast-Kopfhörer. Ich kann die den ganzen Tag drin haben und ich liebe diese Kopfhörer über alles und ich muss euch mal zeigen, an was es liegt. Es ist wirklich diese, ja ein bisschen seltsame Form, weil sie ein Loch haben. Es sind, ich nenne sie jeweils Augmented Reality Kopfhörer im Gegensatz zu Virtual Reality Kopfhörer. Die ist ein bisschen wie mit der Vision Pro von Apple. Die meisten Kopfhörer, die man sich ins Ohr steckt, allen voran natürlich die AirPods Pro, die haben ja einen Transparenzmodus. Aber dieser Transparenzmodus ist eben nicht wirklich ein realer Transparenzmodus, sondern ein simulierter. Die Mikrofone nehmen den Ton von draussen auf und spielen ihn in die Ohre rein. Genauso wie die Vision Pro aufnimmt, was um einen rum ist und einem das innen auf Bildschirmen zeigt. Das funktioniert sehr gut und ist toll, aber halt kein Vergleich zu. Angenommen, man hätte so eine Brille und darin wären ein paar Sachen projiziert. Und mit den Kopfhörern ist es eben dasselbe. Weil die da ein Loch haben, hört man raus. Der Gehörgang ist nicht verstopft. Ich kann also problemlos Podcasts hören, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und höre trotzdem, wenn ein Fahrrad angefahren kommt. Ich brauche da gar keinen Software-Zauber wie den AirPods Max, äh den AirPods Pro. Die AirPods Max haben das ja gar nicht mit dem Zauber, wo dann Umgebungsgeräuße verstärkt, wenn wer in die Nähe kommt und der Computer was macht. Die da funktionieren einfach analog und absolut zuverlässig und am allerbesten. Nichts gegen die AirPods Pro, die machen das sehr, sehr gut. Aber hin und wieder, wenn man irgendwie abwäscht und das Wasser auftritt, wird plötzlich das Wasser laut oder ein anderes Geräusch, wird rausgefiltert. Ja, weil es halt Software ist, die da was macht und überlegt, was will er jetzt hören. Und da kann auch mal was schief gehen. Hier kann einfach nichts schief gehen. Man hört halt raus und hört trotzdem Podcasts. Das macht so großen Spaß. Also das sind wirklich meine besten Podcast-Kopfhörer. Und dann haben sie noch etwas anderes, was großartig ist daran. Ja, sogar zwei Sachen, die aber ein bisschen Hand in Hand gehen. Wenn man sie nämlich in den Ohren hat, ich kann sie jetzt auch problemlos in die Ohren setzen und weiter mit euch sprechen, ohne dass es komisch klingt. Ich muss nur aufpassen, dass kein Podcast losgeht, sonst bin ich dann ein bisschen abgelenkt. Nein, das Tolle daran ist, die Bedienung. Ja, wenn ich jetzt Podcast hören möchte, muss ich nicht irgendwie an den Kopfhörern was machen oder auf die Kopfhörer klopfen oder irgendwas. Nein, die sind so schlau, man kann sich hier an die Schläfe klopfen, Kopf guckt man. Dann macht es das. Und schon läuft der Podcast, aber nur ein paar Sekunden lang. Und dann stellt der Podcast sofort wieder ab, weil die Kopfhörer merken, Raphael spricht. Die AirPods Pro können das inzwischen auch. Wenn man spricht und etwas hört, dann pausieren sie die Musik oder machen sie leiser. Bei Podcasts ist es auch so, aber es funktioniert so, so, la, la. Ich habe eben bei den AirPods Pro auch nach X-Firmen-Updates immer noch das Gefühl, manchmal plaudert der Podcast weiter und ich bin eigentlich auch schon am Sprechen und ich möchte das nicht. Die hier sind so zuverlässig, ich kann Podcast hören und wenn jemand zu mir kommt und eine Frage hat und ich sehe, es kommt jemand auf mich zugelaufen, mache ich einfach leise und schon wird der Podcast pausiert. Und wenn ich weiterhören möchte, kann ich entweder warten, weil wenn ich eine Weile lang nicht spreche, würde es weitergehen. Aber ich spreche ja die ganze Zeit, darum geht es natürlich nicht weiter. Aber wenn ich jetzt einfach schnell wieder an die Schläfe klopfe, macht es wieder und schon höre ich wieder John Gruber, der über die Vision Pro spricht. Ja, die Bedienung ist so grandios und das Tolle ist eben auch, es funktioniert auch, wenn man eine Winterkappe auf hat, dann klopfe ich einfach an die Kappe oder an die Mütze, wie man es glaube ich sagt und man kann es so einfach bedienen. Zapp, zapp und schon geht es weiter, wieder aus und es ist so viel angenehmer, sich da so ein bisschen an die Schläfe zu klopfen, anstatt sich auf Kopfhörer zu klopfen oder an den Kopfhörern irgendwas rumzudrücken. Es ist so intuitiv, man klopft sich einfach irgendwo an den Schädel und es funktioniert. So bequem gelöst. Und was inzwischen auch gekommen ist, das gab es anfangs noch nicht, man kann sogar die Lautstärke verstellen. Das ist ein bisschen nicht die eleganteste Geste von allen, weil man muss sich viermal antippen und danach weiter tippen, um lauter zu machen. Wenn ich also lauter machen möchte, muss ich rechts ein bisschen so machen, sieht ein bisschen albern aus, aber jetzt ist es lauter und jetzt ist es wieder leiser. Anfangs habe ich es sehr theatralisch jeweils so gemacht, das sah selten blöd aus, aber inzwischen kann ich es relativ dezent, aber seien wir ehrlich, Lautstärke muss ich ganz selten anpassen. Das kann ich eigentlich auch auf der Uhr oder auf dem Handy und wenn ich es dann mal muss, ist es praktisch, dass ich es trotzdem so kann. Das ist eine Neuerung, das konnten sie anfangs nicht. Und ich kann es euch ja noch zeigen, wie es in der App ausschaut, weil gerade das, was ich so großartig finde, eben dieses Sprechen und gleich Pausieren. Wo haben wir es? Sony. Ah, falsches Handy, das ist das Beta. Da haben wir die Headphone-App. Genau, da seht ihr schon, dass der Podcast läuft mit John Gruber. Wenn wir da jetzt auf Einstellungen gehen. Status Sound. Speak to Chat heisst die Funktion, dass man einfach losreden kann und es wird sofort pausiert. Der Name ist selten blöd, versteht niemand. Aber das ist ganz, ganz wichtig und super praktisch, das zu aktivieren. Ansonsten, was ist noch drin? Ah, genau, das sind noch die verschiedenen Bediengesen, seht ihr. Viermal antippen, um Lautstärke zu verringern, ist links. Rechts ist Lautstärke erhöhen. Sonst noch etwas? Ah, das da, Weitbereich antippen. Das ist eben genau das, was ich da jeweils mache. Podcast wieder los. Podcast wieder aus. Ah, ja, seht ihr, wenn ich es euch so zeige, jetzt tippe ich. Eins, zwei, drei. Und wieder aus, einfach weil ich mich da an die Schläfe geklopft habe. Ich finde die Link Buds, obwohl sich das System für Sony wohl nicht bewährt hat, sonst hätten wir längst einen Nachfolger gesehen, nicht bewährt hat. Ich finde die immer noch die besten, ja, Augmented Reality Kopfhörer. Weil man kann sie einfach drin haben, man ist trotzdem komplett in der Realität drin, man ist nicht abgekapselt, man kann mit Leuten sprechen und alles. Und die Musik, Podcasts gehen weg, wenn man spricht, kommen wieder. Es sind wirklich, ich finde es wirklich die besten Augmented Reality Kopfhörer von allen. Was sie halt nicht haben, ist Noise Cancelling, logischerweise, weil sie können ja nicht schliessen. Weil sie ja die ganze Zeit dieses Loch drin haben, kann man da natürlich auch kein Noise Cancelling damit machen. Da müsste man schon ein Motörchen haben, was da irgendwie verschließt oder keine Ahnung wie. Nein, dafür sind sie unglaublich großartig, sind wirklich meine absolut liebsten Podcast Kopfhörer. Aber warum reite ich die ganze Zeit auf Podcasts rum? Musik kann man damit auch hören, das funktioniert auch gut. Und momentan habe ich ein lustiges Problem bemerkt, wenn ich YouTube oder beispielsweise TikTok in der App auf dem iPhone höre, ist der Ton völlig blächernd da drin. Keine Ahnung, was da kaputt ist, aber wenn ich YouTube im Safari Browser höre, dann ist die Tonqualität damit auch sehr gut. Aber das sind nicht meine Kopfhörer für sowas. Die nutze ich wirklich, wenn ich Podcasts hören will und dafür sind sie unerreicht. Das andere, was unendlich schlecht ist, eines der schlechtesten Produkte, ist das blöde Case. Ich hasse es über alles. Man muss nämlich da unten diesen doofen Knopf drücken und man kann es fast nicht einhändig öffnen und dann rausnehmen. Und was mir schon runtergefallen ist, weil ich den blöden Knopf gedrückt habe. Und die Kinder haben es auch schon entdeckt und es ist auch schon ein paar Mal runtergeknallt. Und ich kann es an der Stelle auch mal wieder zugeben, das ist nicht mein erstes Case von denen. Nein, die Cases sind so klein, dass sie auch mal irgendwo in der Hose vergessen gehen und schwupp sind sie in der Waschmaschine und dann futsch. AirPods Cases überleben die Waschmaschine. Das hier nicht. Also das ist wirklich das blödeste Case von allen. Und weil es auch so klein ist, habe ich ständig Angst, ich hätte es irgendwo verloren. Dann merke ich dann doch, ah da ist es wieder. Nein, also dieser blöde, die Idee ist lustig, dass man so einen Diamantring, Schächtelchen macht, was so aufspickt, aber im Alltag völlig unbrauchbar. Weil man es einfach praktisch nicht einhändig sauber, es geht so halb, aber das geht jetzt hier auf dem Bürotisch. Aber wenn man unterwegs ist, will man da die Dinge dann wirklich nicht verlieren. Also das Case ist ein Mist, aber die Kopfhörer und das, was sie machen, ist einfach großartig. Ich wünschte mir die AirPods Pro und andere Kopfhörer, die komplett verschliessen, hätten einen Transparenzeffekt, der auch so gut ist. Aber gibt es halt nicht. Das ist mit der Grund, warum ich immer noch die hier nutze. Wenn die AirPods Pro dann mal irgendwann so gut sind, dass man wirklich nicht mehr unterscheiden kann, ob man jetzt Kopfhörer drin hat oder nicht, dann können wir darüber reden. Aber momentan ist es halt immer noch so, wenn man wirklich Transparenz haben will, führt kein Weg an diesen Link-Buds vorbei. Das ist wirklich verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass sich dieses Produkt bei mir so lange hält. Aber nein, es ist immer noch dabei und viele Leute haben gefragt, warum hast du das denn noch? Was wirklich einzigartig ist und die besten Podcast-Kopfhörer von allen. So, falls ihr noch Fragen habt zu den Link-Buds, immer her damit. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Das ist eines der Produkte, was ich in den letzten zwei Jahren mit am meisten genutzt habe. Und wenn die kaputt gehen, ich kaufe mir sofort wieder welche. Also auf die möchte ich wirklich nicht verzichten müssen. Es gibt auch Momente, wo ich wirklich beide dabei habe. Die AirPods Pro, wenn ich mich konzentrieren muss. Und die, wenn ich einfach nur Podcasts hören will. Ja, ein bisschen dekadent. Ich weiß. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, ein bisschen dekadent. Daumen nach unten. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, wo Raphael alte Technik nochmal vorführt. Unbedingt Abo abschließen. Nein, aber in dem Fall hat es sich wirklich gelohnt, da nochmal drauf zu gucken. Weil es ist immer noch kein Nachfolger. Es gibt die Link-Buds S. Die heißen aber nur gleich und sind was ganz anderes. Ups. Und was man Sony auch zugutehalten muss, ist mit das einzige Sony-Produkt, wo ich mir den Namen merken kann. Habt ihr das gehört? Die Speicherkarte da oben ist gerade voll geworden. Hui. Glück gehabt. Sorry. Aber wenn das kein dezenter Hinweis ist, aufzuhören. Also, bis grad. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.